Und das erste was ich will ist hier der hier der ender dragon hat einer der meiner meinung nach coolsten items die sind meine kraft gibt ich liebe den ender Ender dragon hat wirklich jetzt alter der ist so geil so wir müssen uns mal nebenbei immer mal wieder platz im inventar schaffen nicht dass es wirklich dazu kommt dass wir irgendwas nicht einsammeln weil unser inventar halt voll ist Der ender dragon hat und jetzt geht's los alter muy bien jetzt geht's los alter wir haben den ender Hat bekommen hier ja hier ah nein nein auch ich wollte die schale doch noch haben alter ohne witz dieser effekt ist das nervigste hallo Leute slagged nein hey was war das nein 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 ganz blut ganz ganz doof ganz doof du ganz doof Und nein nein oh mein gott scheiße Nein nein ganz doof ganz okay dann machen wir so so okay alles gut leute ich habe mich gerettet So komm jetzt bist du aber dran du bam da habe ich ihn guck mal das ding fliegt uns auch hinterher als wäre es so eine magische kugel Na komm mit na los komm mit voll süß oder so leute und jetzt hier ist er hier da leute oh mein gott da hängt sie die elitra Pow zack hallo liebe elitra okay ich hebe sie noch nicht auf einfach aus prinzip scherp alter Jungs jetzt werden hier übrigens auch die dia sachen gelootet die open dia sachen Theoretisch eisen brauchen wir gar nicht wofür bräuchten wir so ein eisenstuff eigentlich brauchen wir die nicht außerdem ist mein inventar voll Aber stopp 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 leute können wir schon ich habe doch holz dabei können wir nicht theoretisch mit dem holz jetzt direkt Schalker kisten bauen ja Oh mein gott leute die ersten schalker kisten da können wir nämlich jetzt all den stuff den wir gerade nicht benötigen reintun Das ist so ein luxus alter ich bin oh mein gott ich kann man damit nicht so richtig klar ne da können wir jetzt alles reintun was Irgendwie im end was wir hier im end gefunden haben Und dann haben wir das nämlich auch alles sortiert und jetzt bauen wir die im prinzip ganz einfach bauen wir die ab haben wir hier Ein aufgeräumtes alter oh mein gott und oh mein gott so glücklich ich bin gerade so glücklich Zack oh yeah leute wisst ihr was jetzt abgeht wisst ihr das könnt ihr euch das vorstellen ist das schon immer so dass Obsidian ist ich weiß nicht leute oh mein gott ich komme halt alter wir haben eine fucking elytra jungs wir haben eine elytra jetzt ist das projekt Ich freue mich gerade so ich freue mich gerade ohne spaß so guckt mal da das ding seht ihr das Zack Wow Yeah Spaß Hi Jungs Oh äh vielleicht auch nicht hi Vielleicht auch nicht hi Ciao Jungs Weil ich habe all meine Nein Ah äh Ich habe all die blöcke gewastet oder all die blöcke in eine Kiste getan die ich zum bauen brauche also all meine Mein mein hier mein eigentlichen laub Ja und dann packen wir wieder hier unsere schalker kiste hin so und nehmen das hier einmal alles mit Jetzt haben wir übrigens auch rote beete ich weiß nicht ob man in der overworld rote beete finden kann ich glaube aber das geht nur am end Wieder ganz viel stuff das kommt direkt alles hier rein gibt es hier oben noch irgendwas Ne hier oben ist nichts mehr Und jetzt werden wir mal unsere behutsamkeits picke super dass wir die schon jetzt draußen haben denn wir können jetzt Ganz easy Mit der behutsamkeits picke hier müsste irgendwo eine ender kiste stehen theoretisch bin ich der meinung oder vielleicht einfach auch doch nicht Nein Ich brauche das was du hast Nein Jungs Habe ich habe ich die Ich habe die schalker schade natürlich nicht bekommen wie auch sonst so dann werfe ich mich mal da rein Und hier drin gibt es jetzt action Piu Piu Zack Leute könnt ihr mich mal kurz anschießen ich würde ganz gerne zu euch hochkommen Dankeschön Denn ich will die mit looting einfach töten Weil mit looting komme ich da viel besser ran Ja wow okay ne jetzt ist es vorbei du Hier schießt du auch noch irgendwo was ja die die jetzt schießen sind einfach alle außerhalb Und übrigens Leute hätten wir jetzt raketen Also sollten wir aus irgendeinem grund raketen haben Was ich nicht habe Aber hätten wir raketen könnten wir hier auch einfach rumfliegen Lol Ich habe einen cape Leute Und dieses cape ist euch vielleicht in den letzten folgen schon aufgefallen Also ich habe dieses cape wirklich schon ewig Also mit ewig meine ich wirklich ich habe es ewig Das cape ist jetzt einfach auf der elytra drauf guckt mal Ist ja voll cool oder nicht Ich würde gerne zu euch runter kommen anstatt die ganze zeit von euch gekickt zu werden Dann können wir ihn hier nämlich gleich töten Nein Nein nicht die schalker Ich will die schalkerschale jetzt haben Nein Äh Lol Was ist da denn runter gefallen Was ist da denn gerade passiert Okay wir gehen mal da rüber in den Turm Und gucken mal was da abgeht Ich glaube da war ich noch nicht Hallo lieber Turm Oh Oh den haben wir outplayed Junge So hi Hier hier gibt es die Enderkisten ne Ich glaube hier gibt es die Enderkisten Nein Nein ich will nicht hoch So Dann haben wir schon die fünfte schalkerschale Wir sollten definitiv genug schalkerschalen haben für die Zukunft Beziehungsweise genug schalkerkisten Aber genug schalkerkisten Jungs die kann man nicht haben Sage ich euch ehrlich Alter schalkerkisten sind so op Davon kannst du 3 Milliarden Stück haben und das reicht trotzdem nicht Nein warum ey Warum bin ich denn so scheiße Da oben ist Ja da oben ist einfach irgendein Block Dass man da nicht hochspielen kann Ja so Mist Wow ist hier oben echt nichts Außer eine weitere Schalker Ich hab gedacht hier sind irgendwelche Kisten Och man Okay Leute wir waren jetzt schon da oben Haben den Turm gelootet Waren da Waren da Da waren wir Theoretisch müssten wir alles hier aus der Aus der Dings haben Au Jetzt hab ich mir aber richtig heftig die Beine gebrochen Yo hier Hier ist Hier ist die Enderkiste Oder Ist hier die Enderkiste irgendwo Ne Hä Leute stehen nicht exakt hier Normalerweise die Kisten Also die Enderkiste Hä normalerweise steht die doch genau hier oder Steht die nicht Ne Ich komm damit grad noch nicht zurecht zurecht Aber hier waren wir schon Nein yo wo kommt ihr denn her Och man Ey das ist doch so ein Abfall Ich will hier doch nur runter Ich will da hin Da in das Loch Ja jetzt ist gleich weg Jetzt kann ich gleich mit der Elytra fliegen So Hi Ich brauch die Schalker Schale So Leute Ich würd sagen wir machen uns weiter auf den Weg Oder auf die Suche Nach Elytren Denn den Elytren kann man nie genug haben Und den Stuff den wir aus den Festungen looten Kann man erst recht nicht genug haben Da hinten sah vorhin schon schmackhaft aus Ich würd sagen ich steck mich hier einmal kurz hoch Und dann holen wir uns ganz schnell einmal Wenn wir das Ding da geholt haben Holen wir uns ganz schnell einmal Weitere Elytren Oder suchen zumindest danach Ja und das holen wir da oben auch noch So dann haben wir den auch Und jetzt fliegen wir sogar hoch Das ist sehr gut Und die Endstäbe Leute Ich darf nicht vergessen die Endstäbe mitzunehmen Ich weiß man kann sie auch craften Aber ich will sie trotzdem mal wenigstens einsammeln Damit wir so ein paar schon mal haben Ohne sie craften zu müssen Das einzige worauf wir aufpassen müssen Ist dass die Elytra halt nicht kaputt geht Aber ich glaub die hält ein ganzes Stück lang So Leute wir sind auf Höhe 210 Und ich würd sagen Wir fliegen los Alter oh das ist so ein geiles Gefühl Dass wir einfach jetzt hier lang fliegen können Und die Festung entsuchen können Ich würd sagen wir stellen ganz kurz noch mal Die Sichtweite ein Stück hoch Kann sein dass es mal kurz zu Lecks kommt Aber sollte theoretisch nicht allzu schlimm sein Weil also das Problem ist Dass die Chunks hier komplett neu geladen werden Und deswegen kann es zu Lecks führen Aber wie gesagt es dürfte nicht allzu doll sein Dass es jetzt sonst wieder ruckelt Und sonst stelle ich die Chunks halt wieder runter Mein Gott So jetzt hoffen wir mal Dass das Auge von Valash Das Adlerauge Hier gleich mal am Rand von irgendwelchen Chunks Ein paar von den Festungen findet Okay wir sind jetzt schon auf einer sehr unangenehmen Flughöhe Auf einer sehr Achtung ich sterbe gleich Flughöhe So und zack Ist das End eigentlich wie die normale Minecraft Werte irgendwie 10 Millionen Blöcke oder so groß Also so wie es in normalen Minecraft auch ist Also kann ich hier theoretisch unendlich lang suchen Ohne dass ich irgendwie aufhören werde Elytron zu finden Oder gibt es hier einen Punkt wo man sagen muss Stopp du kannst nur Keine Ahnung 152 Lytron finden Und mehr gibt es da nicht Außer du resettest das End Das würde mich auch nochmal interessieren Könnt ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben Falls ihr was wisst So ich würde sagen wir fliegen weiter nach dort Irgendwie habe ich im Gefühl Dass das nur gut werden kann Wenn wir da lang fliegen Ich bräuchte auch dann bald mal neue Blöcke Zum Bauen Weil meine Blöcke sind fast leer Und wo ich jetzt andere Blöcke herbekommen sollte Weiß ich nicht Aber falls ich keine finde Dann enden wir ohne Blöcke im End Und weinen und einfach die ganze Zeit Und gucken wie wir hier rauskommen Kann ich dich theoretisch auch so Nein Meine Änderperle Nein Nein Warum Leute es hat gelegt Ihr habt es gehört Ihr habt es alle gehört Oh mein Gott ich hab mich direkt ausgelockt Es hat einfach so geruckelt Es hat so geruckelt Was tun wir jetzt Was soll ich tun Was Oh nein Oh nein Es hat so gelegt Ich kann dafür nichts Nein Gott bitte nein Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Ja Oh mein Gott Mein Herz Kurzer Stillstand Jungs Alter Ich hab grad Ich hab grad Schweißanfall Ich hab grad richtigen Schweißanfall Ich hab so Angst bekommen Holy shit Was war das Warum hat so gelegt Alter ich hab wirklich gedacht Ich hab wirklich gedacht Ich bin einfach tot So kann ich hier jetzt ausfahren Ja Sehr gut So Alter Oh mein Gott Ich hatte Alter Also kurz war ich wirklich Weg mit meinem Gedanken Du Kurz war ich wirklich richtig weg Alter Echt gedacht Das wäre jetzt alles Umsatz gewesen Oh mein Gott Wie kann das Oh mein Alter Kurzer Herzinfarkt Leute Alles geht wieder gut Alles ist wieder gut Ich bin nicht tot Keine Sorge Entwarnung Das war das erste Mal Dass sich das Ausloggen Richtig ausgezahlt hat Du Okay Da drüben scheint mir wieder Eine größere Insel Sektion Anzufangen Ich werd mich ja jetzt Darüber begeben Und kurz checken Geht meine Elytra Sehr gut Alter ich hab jetzt Immer wieder so Schiss davor Dass ich einfach so Sterben werde Weil ich halt Nicht die Elytra aufbekomme Oder weil sie nicht aufgeht Weil es ruckelt Oder irgendwas ist Leute wie kann es denn sein Dass wir die erste Die erste Festung So schnell gefunden haben Und hier jetzt einfach nichts ist Hilfe warum ist hier nichts Hö Theoretisch kann ich einfach Durchgehend die Enderperlen Voranwerfen Ich brauch ja jetzt hier Keine Angst haben Dass ich irgendwie Irgendwie Ja weiß ich nicht warum Warum ich Angst haben sollte Warum sie schon in den Kommentaren Circa 10 Mal stehen Dass ich irgendwo eine Festung Irgendwie übersehen hab Weil ich einfach ein Blödsack bin Jo Leute Ob wir noch eine zweite Elytra Oder eine zweite Festung Zum Erkunden morgen finden Ja ich würd sagen Lasst euch die morgen 17 Uhr Schaltet gerne wieder ein Bis dann Und Ciao meine Freunde Bis dann